Ich würde nämlich gern speichern. Nach der Aktion grad. Natürlich nicht. Wo ist Belle? Immer noch im Schloss. Gut, kriegen wir hin. Mal wieder. Gegen ihren Willen? Nein, ich glaube sie blieb freiwillig. Die anderen Prinzessinnen sind auch da drin. Warum wohl? Fragen wir sie doch. Vielleicht brauchst du meine Hilfe. Ich gehe mit dir. Hier ist kein Speicherpunkt, stimmt's? Oh, passt schon so, wie es ist gerade. Doch, das ist es. So. Speichern. So. Hopp, so Leute, das Spiel neigt sich dem Ende und das ist gut so. Oho, da oben geht's weiter. Oho, da oben geht's weiter. Und da ist ne weiße Trios nicht. Voll gar Gumi, ja gut. Also nichts, was mich jetzt wirklich so brennend interessiert. Ja, hol mich ab. Ja, hol mich ab. Oho, da oben geht's weiter. 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 Keine großen Gegner, die mich da jetzt mal kaufen rennen oder so. Ich hab jetzt aber keinen Schaden gegen die Gegner, wenn ich meine. Die machen ein bisschen mehr Schaden, die haben ein bisschen mehr HP, ja, aber... Jetzt bin ich noch hoch. Also, ab durch die Tür, ich will in die Bibliothek. Ich denke mal, da muss ich hin. Die falsche Taste. So. Ich muss hier den ganzen Scheiß bleiben. Hoch. Krabbeln. Ist ja nervig. Ist ja, ist ja jetzt nicht nervig. Hm, Scheiß drauf. Huh? Oh, Bär. Du willst das Schlüssel doch versiegeln, richtig? Bitte sei vorsichtig. Tief da drinnen tobt die Dunkelheit. Wir haben sie bis jetzt zurückgedrängt. Aber wir können nicht mehr lange durchhalten. Wir übernehmen das. Ja, gut. Hast du mir noch was zu sagen? Das ist für dich. Kämpfe damit die Dunkelheit, wie das Biest es getan hat. Oh, ich bekomme was. Centifur. Das ist ein Schlüsselschwert. Ach, dreh dich schneller wieder um. Hm. Hm. Hohe Durchschlagskraft und Trefferquote zeichnen ihn aus. Führt aufeinander folgende Volltreffer aus. Äh, klingt gut. Ist genauso stark wie das andere. Aber klingt gut. Also nehm ich. So. Speichern. 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 Ich krieg nicht genug vom. Speichern. Ah nun. Ich werde schon hängen hier. Also. durch Irgab. Ich bin jetzt. Hier bei mir. Pfff. Ganz schön. Oh shit. Ich seh kaum was. Ich muss mich ja richtig blöd vor den Monitor setzen, damit ich was sehe. Richtig. Aber gut. Es könnte schlimmer sein. Ja. Ihr mich auch. Genau. Ich will einfach nur Richtung hoch. Und so ne. Hallo. Ich bin auch wieder. Ach shit. Ja. Das war's für heute. Gibt es noch was besseres? Man kann nicht einer von euch den mal langsam killen? Wo führt denn der eigentlich hin? Da ist ne Kiste oben drauf. Ach die wurde jetzt mal gepflegt von mir ignoriert. Da ist ne Plattformen, da ist noch ne Kiste. Aber das den führt nur zu ner Kiste. Das ist jetzt doch relativ uninteressant für mich. Keine Reaktion? Okay. Ach Gott. Immer diese Funktion. Jetzt kann ich hier schon wieder planen los durch die Gegend oder was? Wo ist er? Wo ist er bei genauer? Ich weiß nicht so, wie sie sich nicht mehr verhalten hat. Ich weiß nicht, ob ich das bin, was die Kiste noch mal rausgekommen sind. Ich weiß nicht, was ich nicht zufrieden. Ja, runter war letztes Mal schon ganz okay, ich bin hier. Muss ich jetzt hier echt wieder durch? Das ist doch zum Kotzen. Mann, 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 Mann. So, wo bin ich jetzt? Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, 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 Mann. Keine Reaktion. Das gibt es nicht. Wo muss ich denn jetzt hier, bitte, lang? Ja, wie hier unten ist irgendwo ein Speicherpunkt, auch die Fogies. Irgendwo will die Fogies. Ja, das ist doch richtig da rein. Äh, ja, gut, ne? Und so. Ich hab so einen Wunsch, aber ich brauch ne Pause und ich geh erst mal duschen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Kingdom Hearts 1, ja, immer noch 1, in Hollow Bastion. Bis dann, ciao.